Geht aus. Fertig? Hey, hier ist Chrissy und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein 15 Arten von Freundinnen Video mit... Hi, ich bin Max, aber wieso bin ich denn eine Freundin? Und dann fangen wir an mit der ersten Art von Freundinnen. Die Stille. Ach hey! Na, was sollen wir machen? Wollen wir Netflix schauen? Also wir können ja gerne Netflix gucken. Hast du früher mal geguckt? Kennst du SpongeBob? Was gibt es noch, was gucken würdest? Würdest du überhaupt gerne was gucken? Ja, was denn? Die Liebevolle. Oh hey! Hallo Schatz, was machst du? Hey, ich bearbeite gerade ein Video. So, soll ich dir bei irgendwas helfen? Ne, kannst einfach hinlegen aufs Bett oder so. Willst du irgendwas trinken? Selter wäre gut. Selter? Okay, hol ich dir gleich, ja? Ja, danke. Viel Spaß noch, aber mach nicht zu viel. Danke. Nein, mach ich nicht. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich will dich nicht ablenken. Alles gut. Viel Spaß noch, ja? Danke! Die Nervige. Hallo. Hey. Was machst du? Ich brauche gerade ein Video. Was für ein Video? Es kommt nachher online. Wie heißt das? Da prank ich dich. Kannst du mir das Wasser geben da? Nein. Bitte. Schatz. Ich mach doch gerade was. Gib mir wenigstens den Stift, dann treib ich was. Danke. Ich brauche ein Blatt. Ich hab keine Blätter. Ich brauche ein Blatt. Ich hab die alle verbraucht. Ich brauche ein Blatt. Ich brauche ein Blatt. Geh runter. Nein. Ich brauche ein Blatt. Ich muss mein Video jetzt fertig machen, jetzt geh runter. Ich will ein Blatt. Alter, mach doch deinen Scheiß selber. Ich will ein Blatt. Die, die nichts interessiert. Hey. Weißt du was ich heute gemacht habe? Wir waren heute in der Schule, ne? Als ich nach Hause gegangen bin, da war das ja so, dass ich hätte noch jemanden getroffen. Ein Gumpel von mir. Er hat mich erst mal gefragt, ob ich noch Zeit auf euch beim schlafen möchte. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Danach wollen wir noch Döner essen. Warte, ich muss mir kurz die Sprachnachricht anhören. Hast du mir noch zu? Mhm. Und damit müssen wir auch machen. Dann habe ich noch ein anderes Mädchen getroffen, weil... Kenn ich jetzt neu. Das ist ganz cool. Das war lecker aus, oder? Ich brauche Brust auf. Und... Ja... Das mag ich voll gern. Cool. Wie war's? Du hörst vielleicht nicht zu. Die, die mehrere hat... Hey, grüß ich. Hey, grüß ich. Wer ist Nick? Äh, Pascal, sorry. Äh, Max. Max, ich kann Max. Wer ist Nick? Niemand. Oder wer ist Pascal? Niemand. Na, wie geht's? Ich muss aber auch gleich schon wieder los. Ich hab noch einen Termin. Wer, wo, was brauchst du denn? Du hörst so einen Termin halt. Erzähl ich dir irgendwann anders. Also ist nicht wichtig. Ist halt ein Termin. Wer... Wer ist Nick? Niemand. Warum nennst du mich Nick und Pascal? Du gehst es doch einfach. Ich hab nicht mehr viel Zeit lassen, sonst lieber kuscheln oder so. Wo musst du denn jetzt hin? Ich hab einen Termin immer noch. Ja, wo? Ist einfach ein Termin. Wo ist der Termin? Geh dich nichts an? Geh. Dann nicht Nick. Ich bin nicht Nick. Die Überfürsorgliche. Also du. Schatz, was ist los? Warum liegst du auf dem Boden? Alles gut. Ich lieg doch hier nur hin. Geht's nicht gut? Mir geht's gut. Hast du die Füße hochgenommen, die schwindelig ist? Nein. Was ist los? Geleg dich aufs Bett. Es ist viel zu kalt auf dem Boden. Du wirst noch krank. Nein, alles gut. Soll ich dir einen dicken Pullover holen? Das ist viel zu dünn. Das ist warm genug. Lange Hose. Socken von Oma. Dicke. Nein. Es sind hier oben 25 Grad. Ich erfriere hier doch nicht. Ich erfriere hier doch nicht. Du bekommst noch Kopfschmerzen. Na, danke. Alles gut. Soll ich ihn auf die Decke holen? Nein, alles gut. Wolltest du dich nicht lieber aufs Bett legen? Ich bin hier keine Sauna oder sonst was. Dann trinke auch noch was. Ich hab keinen Durst. Ich hab keinen Durst. Hast du Hunger? Nein. Soll ich was zum Essen bekommen? Soll ich was zum Essen bekommen? Soll ich was zum Essen bekommen? Oh, ich hab keinen Hunger. Die langweilige. Hey. Was machst du da? Na, arbeiten. Na. Ey, ihr habt gehört, es läuft ein neuer Filmkühler. Das ist voll cool. Wollen wir nicht schauen? Nee, ich hab keine Lust. Eis essen? Nee, ich will keinen Eis. Das ist voll warm draußen. Geh doch mal an Eis. Ich hol's auch von uns. Nee, ich bleib lieber hier und mach weiter. Guck YouTube-Videos und so. Es gibt auch noch coole Festivals demnächst. Wollen wir hingehen? Nee. Du kannst ruhig hingehen, aber ich will nicht. Wir können auch in Urlaub fliegen. Nee, ich darf dich nicht. Ich will nicht. Ich will einfach noch hierbleiben. Ach, dann flieh alleine weg. Du hast auch gern langweilen. Dein Leben tot. Die Anhängliche. Ich muss langsam los. Was? Was? Ich muss nach Hause. Kannst du nicht hier übernachten? Nein, ist schon spät. Kannst du nicht noch eine Stunde länger bleiben? Bitte. Nein. Ich möchte nicht, dass du gehst. Aber ich muss nach Hause. Nein, musst du nicht. Ich muss noch lernen. Du bist zu Hause. Ja, aber ich muss nach Hause, nach Hause. Bitte nicht. Doch, ich will nicht, dass du gehst. Ich muss aber los. Kannst du nicht übernachten? Kannst du nicht morgen lernen? Nein, morgen Schule. Ich will aber nicht, dass du gehst. Bitte nicht. Ich muss aber gehen. Nein. Bitte bleib hier. Ich muss nach Hause. Lass mich nicht rein. Nach Hause muss ich. Bleib hier. Nein, ich lass dich nicht los. Die Zicke. Sag mal, hast du es hier so lange nicht gemacht? Nein, das war ich nicht. Ja, wenn sonst. Ja, wenn sonst. Weiß ich nicht. Ich war es nicht. Fertig warst du das. Wenn sonst. Ich war es nicht. Wie oft soll ich es dir noch sagen? Du warst das. Nein. Hast du deine Haare überhaupt nicht gekennt? Hast du deine Haare überhaupt gekennt? Warst du in den letzten zwei Wochen überhaupt mal duschen? Ja, natürlich. Ja, merke ich so doll wie du stinkst. Und ich war das nicht. Räum das doch selber auf. Nein. Doch, los. Nein. Los. Der Stalker. Mal gucken, was er für Bilder liked. Aha. Er liked Bilder von Mädchen. Mal gucken, wo er ist. Snapchat Card klärt. Er ist nicht zu Hause. Ich will dann zwei Sekunden raus, wo er ist. Aha. Bei Marie. Da ist er also. Und was machen die da? Nochmal Instagram. Auf ihrem Mann. Mhm. Pizza essen. Seit wann? Ach, 15.30 Uhr. Sind erst 4,5 Stunden. Und 35 Sekunden. 36, 37. Wann geht er nach Hause? In vier Stunden. Na toll. Jetzt weiß ich wenigstens, wo er ist. Die, die immer beleidigt. Was war das eigentlich heute in der Schule? Hä, was meinst du? Du willst mich eigentlich komplett ver... Was meinst du? Du bist so ein... Ja, das, was du heute gemacht hast, du... Ich hab doch gar nichts gemacht. Doch. Du willst mich eigentlich komplett ver... Hä, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Doch. Ich hab gar nichts gemacht. Doch. Gar nicht. Du bist so... Also das macht man echt nicht so... Wie kann man das so... Die Königin. Kannst du mir bitte ein Kissen holen? Komm. Wenn du schon dabei bist, gib mir mal das Wasser. Und wo ist mein Handy? Oh, das ist alles. Wie ich gerade? Ich hab Hunger. Hol mir Essen. Was möchtest du denn essen? Gebratene Nudeln ohne Süß-Sauersauce mit acht Frühlingsrollen ohne scharfe Soße. Zwei Minuten bist du wieder da. Ich hab Hunger. Ich brauche noch eine Decke. Ich kündige! Ich werde eine Decke haben. Ist es denn die richtige? Nein. Falscher Bezug. Du musst sie einmal tauschen. Die, die nur das eine will. Die Eifersüchtige. Na, was hast du heute so gemacht? Ach, ich hab mich mit ein paar Leuten getroffen. Was für Leute? Ja, wir waren so, ich glaub viert oder so. Waren noch Mädchen dabei? Ja. Was für welche? Warum waren noch Mädchen dabei? Warum war ich nicht dabei und warum wusstest du nichts davon? Nein, also... Na, ich hätte doch gesagt, ich treffe mich mit drei Leuten. Ja, aber dann hättest du doch sagen können, dass das Mädchen sind. Hätt ich ja wusste, dass das Mädchen sind, hätte ich dich dann nicht dahin gelassen sollen. Das waren ich und drei Mädchen noch. Was? Ja. Denkst du... Was denkst du dir dabei? Ich mag die. Vielleicht mag ich die aber... Ne, ich mag die ja nicht so. Wie, du... Das kann doch jetzt nicht sein... Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Du kannst dich doch nicht mit drei Mädchen treffen und mir dann auch noch sagen, dass du die magst. Ja. Wenn du sagst, ich musste doch die Wahrheit sagen. Warum magst du die? Ja, weil... Warum magst du mich nicht? Mit wem schreibst du denn da? Ah, das ist ein Treffen. Mit wem schreibst du mit Herzen? Warum schreibst du mit denen mit Herzen? Ja, das ist doch alles eine Freundschaft. Warum heißt sie mein Mädchen? Weil... Ich werde sie löschen, ne? Ich werde sie löschen und ich werde dir den Kontakt mit ihnen verbieten. Die, die alles isst. Erst mal ein Video bearbeiten. Hey Schatz. Hey. Warum ist das hier so unaufgeräumt? Ja... Ich hab noch nicht... Zeit gefunden dazu. Nee, das ist noch keine Zeit. Willst du mich... Nein. Ich hab... Du hast mir nicht mal Hallo gesagt. Ey. Wie geht's? Mich ist gut von dir. Willst du was trinken? Ja. Ja? Auch essen? Was möchtest du essen? Nee, ich hab keine... Nein. Nee, den Hunger hab ich noch nicht. Nee? Okay. Nein. Und warum hast du überhaupt was gegessen? Ja. Was? Mit wem? Wann und wo und wie? Um wie viel Uhr? Das war mit nem Kumpel. Waren auch ein Mädchen dabei? Ja, in dem Restaurant waren halt ein paar Mädchen. Aber... Wie hießen die und wie sahen die aus? Ich werde gleich ihre Adressen herausfinden. Ja, ich weiß nicht, wer es war. Und warum hast du mir nicht davon Bescheid gesagt? Sollst du mir doch Bescheid sagen sollen. Ach, ich hab dir doch gesagt, was ich da bin. Und bist du ein A*****? Alter, was ist los mit dir? Nichts? Was soll denn los mit mir sein? Was hast du denn jetzt auf einmal? Hast du denn Tage oder was? Hast du denn Tage oder was? Tschüss ey. Aber ich will noch nen Abschiedskuss. Tschüss. Wir sehen uns morgen, ja? Ja. Bisschen. Das waren jetzt 15 Arten von Freundinnen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Arten ihr kennt. Und welche Arten ihr am besten fandet. Und welche Arten es noch gibt. Dann gibts vielleicht nämlich noch nen zweiten Teil. Und welche Art ihr seid. Also schreibt's rein. Auf jeden Fall vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Den Video einen Daumen nach oben zu geben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss auch nochmal von mir hinter der Kamera. Und dann fangen wir auch gleich an mit der ersten Freundinnenart. Eine Art Freundinnenart. Wie sagt man das? Eine Art von Freundinnen. Aua! Wir können nicht reden! Gwyn! Du musst arbeiten. Ich bin hier. Tschüss Nic. Ich tanke. Ja! Hoju! Wihau! Oh! Willst du mich eigentlich komplett veräppeln? Ich bin...